so da sind wir und weiter geht es mit der nächsten mission leitposten stellen ok einmal stehen sie schief und jetzt sind sie ganz weg meine güte wo sind sie denn die leitpfosten auf der landstraße geblieben beeil dich der verkehr ist nicht sicher wenn du nicht sofort die fehlenden leitpfosten wieder aufstellst schnappe dir den kirchwagen und erledige die arbeit ja ok ok mache ich mache ich mache ich das ist wieder denke ich mal derselbe wagen das nehmen wir jetzt einmal zum lager bitte so die pfosten waren hier waren die pfosten laden wir die jetzt noch mal ein sieben stück wollte haben kriegst du die leitpfosten das fehlt echt so ein mitarbeiter der so mit anpackt hier einer der so mitmacht so haben wir die ne einsatz ort machen jeden scheiß mit wir machen jeden scheiß mit jetzt müssen wir hier wieder rum ein paar durch ohne verluste ohne rücksicht auf verluste meine ich so da fehlen jetzt die pfosten wieder machen wir doch eben ok wir müssen da bei jedem ding da parken alter ei hier oben fängt das an so und dann machen wir den hier so kann ich irgendwas stimmt hier nicht warum warum nicht warum aber was 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 park das fahrzeug am ansatz ort ich bin doch hier am ansatz ort wenn ich etwas schief das ist doch schon grün ach so genau das wollte ich machen dass die alle nach da gehen ja genau jetzt ist das in ordnung ihr könnt jetzt da überholen jetzt mache ich das auf jetzt haben wir hier neuen pfosten das zu machen wieder zum nächsten punkt fahren alter dann wieder motor an so du musst warten ich muss ja im forsten hinstellen da ist der nächste wieder zu komm rein das muss ich auch noch machen hier ne ok ab zum nächsten das reicht schon ich dachte das ist schon wieder schief so dann wieder rein dann wieder zum nächsten ort das ist echt voll krass das ist echt voll krass das war der falsche knop alter so wieder raus das auf das nehmen das platzieren das zu einsteigen es wird alles simuliert jeder schritt wird simuliert zack zum nächsten ort das sind die ganzen handgriffe automatisiert so fast zu weit dann wieder rein das system wieder ausschalten das system ist aus und wir fahren wieder nach hause ich denke mal wir haben unsere arbeit bestens erledigt stopp schild haben wir übersehen so hatte das war hiermit auftrag erfolgreich abgeschlossen leitpfosten rechts Alles klar, das war die Mission mit den Leitforsten Ich sage danke und bis gleich Ciao